guten morgen ihr lieben herzlich willkommen auf meinem kanal heute mal bei expert so ein bisschen durchgeguckt hier barbie liegt hier immer noch en masse ihr wisst ja meine einstellung zu barbie x der mit tai west der ist auch noch da ich fand den richtig gut ich habe den ja im mediabook hier running man gab es hier auch noch für kleines geld hier bei den blu rays fische hier und da noch mal ein bisschen was raus wakanda forever nee danke muss ich nicht haben wanted man mit dolf lundgren ja der schien wohl auch noch ziemlich neu zu sein danach denn auch noch wochenend rebellen der war richtig gut da war ich im kino also da ist wirklich mal ein kleiner blick gar nicht mal also es ist wert talk to me der soll richtig gut sein habe ich schon gehört danach dann auch noch für kleines geld the rock fels der entscheidung brauche ich auch nicht mehr viel zu reden da auch noch eine neue verfilmung von taken ja mit liam nielsen ist mir lieber als so ein neu aufguss und hier muss ich jetzt gleich tatsächlich erst mal meine kamera linse putzen der winnetou film für kinder oder von kindlander habe ich auch positives gehört ja diesen film ich weiß nicht ich weiß nicht slaughterhouse ach ja das war das mit dem mit killer feld hier ne ronen hier das 4k steelbook habe ich da jetzt auch noch mal in real life in der hand gehabt das sei ja so optisch gar nicht schlecht aus für für 35 dacken siehst du das war dieser dieser feld hier film aber da warte ich jetzt auch noch ein bisschen bis der ein bisschen günstiger ist 7 war auch günstig equalizer 1 und 2 hat man da im hintergrund auch noch gehabt und hier natural born killers nur in der kino fassung das ist nicht der director's cut ja wie gesagt im director's cut ist ein bisschen mehr pick killer und danach noch prey moonfall war habe ich mir über streaming angeguckt ja mega ton sowie wieder so ein high trash film und dahinter dennoch auch noch mad heidi für 13 euro 99 genau für mich war der nix leider 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 rheingold auch noch nicht gesehen hier ziehe ich dann auch noch ein paar filme raus hier m night chamelan old den fand ich wieder klasse im kino obwohl da von der altersfreigabe ja hätte auch zwölf sein können hier gibt es noch eine serie von loki komplette erste staffel im steelbook hier oben sind noch irgendwelche sammelkarten oder so oder was das konnte ich jetzt nicht so recht erkennen man da man da zweiter teil mal wieder also es ändert sich nicht so viel ip man habe ich tatsächlich auch noch geschenk gekriegt und ja john wick hat man da noch hook natürlich die real verfilmung ist es ein sehr sehr geiler film ich habe ihn sehr sehr oft gesehen habe den auch nur auf dvd ich weiß nicht ob sich die blu ray lohnt die jurassic world trilogie jetzt kommt ja bald noch noch ein vierter teil jurassic park jurassic world ja mit komplett neuen schauplätzen und neue darsteller lucky day sagt mir auch nix und hier und da ja kokainbär fand ich ganz lustig aber in der sammlung haben muss ich das jetzt nicht für 98 98 flash der war eigentlich ganz akzeptabel der dampen money ist komplett an mir vorbeigegangen kinotrailer gesehen hat mich total nicht inspiriert und da hat man dennoch abwisches mega ab ja für für 11 99 da warte ich doch mal lieber bis der im streaming ist ja das war's mit dem video cool